Durch unseren Sieg haben wir alles verloren. Als wir ergriffen, was uns wichtig erschien, verloren wir das eigentlich Wichtige. Aber für dich gibt es eine Chance. Was für eine Chance? Das Glück des Todes, das ist mein Angebot. Den lehne ich leider ab. Dass ich nicht annehme. Aber ich widerrufe übrigens meine Aussage, was die menschlichen Wächter angeht, dass hier sind die letzten Vampirwächter, definitiv. Zum einen, hat man ja gerade sehr schön gesehen, haben sie eine Vampirszene. Und zum anderen sind diese Ruinen und diese Schmieden ja erstellt worden oder geschaffen worden, lange bevor die menschlichen Wächter die Säulen übernommen haben. Und das wäre eher sehr fragwürdig, wie die dann hierher gekommen wären. Deswegen ist mir auch erst hinterher beim Schneiden aufgefallen. Jetzt müssen wir hier mal in diesem zielsuchenden Geschossen ein bisschen ausweichen. Na, komm schon. Wir sind in Dosh schon etwas härter. In der Hoffnung, dass wir jetzt den richtigen treffen. So, komm. Weil dann lösen sich auch alle anderen Illusionen auf. So. Ich mag die überhaupt nicht hier. Mal gespannt, wen wir jetzt treffen. Ja, und zwei haben wir ja. Es sind ja acht. Neun mit dem Gleichgewicht, ist klar. Aber, ähm... Acht sind's ja. Im eigentlichen Sinne. Zwei haben wir schon. Da zwei macht vier. Dann hätten wir ja die Hälfte. Dann müssten wir eigentlich nur noch zwei Schmieden treffen würden. Dann... ...hätten wir ja... ...einmal alle Hüter getroffen. Achso, hier müssen wir im, ähm... Ne. Lassen wir uns mal, ähm... ...richtigen... ...umschauen, weil wir so im, ähm... ...materialien wir jetzt sind. Vermute ich. Wir schauen uns trotzdem hier einmal um. Sicher ist sicher. Was soll ich jetzt? Gitter. Äh... ...ääh... ...ja. Ne. Noch nicht. Das hier sieht so aus, als... ...wenn wir jetzt hier weitergehen. Aber mit Heimleben möchte ich nicht demnächsten... ...ähm... ...Küter entgegentreten. Oh, hier ist ein, ähm... ...Artefakt unterwegs. Ich höre dich, Seele. Ich habe dich gehört. Merken. Artefakt. Ihr bei kaputten Dingen. Nehmen wir mit. Wird gemerkt. Wird... ...geholt. So. Du auch noch. Auch du bist verflucht. Gib auf. Und du wirst erlöst werden. Niemals. Ja. Dass die sich hier reinweise da alle ja auch in den Selbstmord gestürzt haben. Äh, unter... ...stützt diese These ja auch noch. Dass das diese Wächter sind, weil die halt eben alle davon reden, dass nur der Tod die Erlösung ist. Das scheint... ...ähm... 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 ...alles ja schlüssig zu sein. Aber... ...es wird ja nie wirklich, äh... ...aufgeklärt. Die sind halt einfach da. Es gibt halt auch viele Fragen, die man sich selbst nur zwischen den Zeilen beantworten kann. Und... ...ähm... 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 ...sonst wohin. Und hier... Ach, hier kann ich. Müssen wir jetzt wieder gegen die antreten, oder... ...darf ich hier so raus marschieren? Ne, ich darf so raus marschieren, das sieht doch schon mal schön. So, dann... ...Schmiede. Als der Reaver die Seelen der Hüter des Geistes und der Dimension verschlang, erfüllte ihn die elementare Macht der Luft, von der beide beseelt gewesen waren. Okay. Finde ich gut. Jetzt haben wir den, und das heißt, wir können jetzt, nämlich... ...ich darf mich wieder nicht bewegen. Sobald wir irgendwas drücken, hört dieser Luftschrei nämlich auf. Aber wir können hier rüber. Hier passiert nix. Wir müssen jetzt hier tatsächlich... ...ähm... ...drehen. Wie so ein Bekloppter. Und die richtigen... ...Symbole finden. Wir können jetzt einfach mal... ...einmal spaßeshalber hier alles ausprobieren. Das wird aber nicht viel bringen. Aber wir sehen hier... ...Dunkelheit. Hm. Mach ich doch mal. Was haben wir da? Oh. Hm. Licht. Hm. Wieso bringt das jetzt was? Mensch. Überraschung. Äh. Naja. Muss ich jetzt nix zu sagen. Also, das Rätsel hat einen Schwierigkeitsgrad von 1,5. Auf einer Skala von 100. Ähm. Naja. Aber... ...rätsellastig ist dieser Teil sowieso nicht so wirklich. So, ne. Hier ist nix mehr drin. Das weiß ich. Das weiß ich. Jetzt gehen wir mal hier weiter. Nix. Hier. Hier können wir hoch. Ähm. Luft rüber. So. Hier ist, äh. Feuer. Ich meine... Ja. Feuer. Können wir den anzünden. Ich hoffe, der ist nicht wieder zeitlich an irgendeine andere Seite gebunden. Äh. Irgendwie hängt gerade meine... ...Seite doch. Ja, super. Ich hab grad einen schönen Grafikpack hier gerade. Naja, super. Egal. Es gibt wahrlich Schlimmeres. So. Damit ist das Tor wieder aktiviert. Die Tür ist dort. Dort. Da ist ein Gitter. Da kommen wir natürlich nicht durch. Irgendwo... Doch da war das. Hier kommen wir hoch. So. Wir müssen ja noch das eine Artefakt einsammeln. Das, was wir gesehen haben. Das will ich noch mitnehmen. Auf jeden Fall. Wo? Lassen wir ja damit hin. Du sollst da runter. So. Nochmal. Irgendwie kommen wir doch da noch ran. Irgendwie. Wollen wir mal gucken. Hm. Ich muss doch einen Weg geben. Irgendwie muss... Ne, hier kommen wir ja schon wieder her. Ehhh. Das ist ja doof. Das ist doch ganz doof. Ich will das haben. Ich will das haben. Hm. Die Möglichkeit von der Seite irgendwie... Irgendwie... Äh, du mich auch. Ähm. Hier... Hier... Die Möglichkeit, in die materielle Welt zu kommen. Ist hier auch noch eine. Nö. Nicht wirklich. Das ist doch irgendwie... Das meine ich. Das Gefühl. Das Gefühl. So, hier. Da könnt ihr runter zum anderen Geist. Hier ist ein Gitter. Hier kommen wir nicht. Ach da, ganz übersehen. Ja, ist okay. Hier können wir... In die materielle Welt entfleuchen. Und damit da... Diese Rune aufnehmen. Die uns... Leben bringt. Ja, auf jeden Fall. Die hätte ich mich wirklich geärgert. Hätten wir die nicht mitgenommen. Da wäre ich... Wäre ich sehr, sehr... Enttäuscht drüber. Naja, egal. Dann kommen wir jetzt hier wieder... Abhauen. Ja, geht durch. Ah. Lalalala. Wir hauen hier wieder ab. So. Wir müssen eigentlich mal irgendwo zwischendurch mal eben schnell unsere Leben wieder... Auffüllen hier. Oh, so. Aha. Ihr seid... Mal eben alle weg. Schön, dass wir das hier auch gleich am Ausgang machen können. Und besieg die Gegner auch dann einmal wegbleiben. Nur hier... Ach so. Auch hier waren ja keine mehr. Naja, okay. Damit ist der Weg... Zu Worador jetzt frei. Was? Tötet ihn? Ah. Hier sind schon wieder irgendwelche netten Leute unterwegs. Die meinen, uns aufhalten zu wollen. Und ich bin gerade runtergefallen. Hehehe. Ich krieg's auch immer wieder hin. Ja. Aber ich hab auch das Gefühl, dass hier... Ja. Jetzt aber irgendwie... Das ist ein bisschen spinnt. Feuer raus. Oh, Feuer raus. Ich werde jetzt auch versuchen, so viel wie möglich abzuhauen. Wie mir macht... Wie mir machbar ist. Es sei denn natürlich sowas passiert und... Oh, ein Magier. Juhu. Gleiche Überraschung. Der blockiert natürlich wieder alles. Und so. Das ist mir hier schon erlebt. Auftanken. Und dann wollen wir mal gucken... Was kann denn der Luftweaver Schönes für uns? Hey. Ähm. Ja. Wir sind runtergefallen. Danke. Oh. Das können wir aber auch. So. So. Mal austesten, was der Luftweaver kann. Dazu lassen wir ihn auch mal... Eine Seele. Geht das nicht? Nö. Okay. Anscheinend nicht. Ich hab sowieso gerade hier mit der Grafik zu kämpfen. Also mit der Kameraführung. Die hält hier... Gerade wie nichts. Freut mich. Ich muss gleich mal abspeichern und nochmal neu laden. Wenn der Kampf hier vorbei ist, mach ich das auch. Jetzt geht das auch. Ah. Der kann also wegschleudern. Ist vielleicht auch hilfreich manchmal. Und den haben wir auch besiegt. Jetzt werde ich einmal schnell speichern. Und nochmal laden. Und dann sehen wir uns hier gleich an der Stelle wieder. Und dann sehen wir uns hier wieder. So. Und da sind wir auch wieder. Ich hoffe jetzt, dass die Kameraführung mich jetzt etwas weniger am Stich lässt. Und wenn es mir die Chance gibt, hier auch etwas im Kampf zu sehen. Und das Spiel wirklich auch durchzuspielen. Ja. Ihr mich auch. Danke. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ich lauf einfach mal woanders hin. Als ihr eigentlich denkt und wollt. Und solange ihr mir hier keine Barrieren im Weg stellt, bin ich dann einfach mal weg. Diese Säule schien den Prinzipien der Luft verbunden zu sein. Und tschüss. Nun, da die Macht der Luft den Reaver durchströmte, war der Weg zu Voradors Zuflucht endlich frei. Wenn der alte Vampir noch lebte, konnte er allein mir sagen, wie ich meinem schrecklichen Schicksal entkommen konnte. Ja, und dann werden wir da mal hingehen. Voradors Zuflucht war tief im schwarzen Wald versteckt. Ich hoffte, dass ich ihn vor Möbius Scherben finden würde. Und so kam ich zur Zitadelle meiner Ahnen. Seit Äonen war sie nun schon verlassen. Vielleicht ruhte hier noch immer das Wissen ihrer Erbauer. Hier, so Möbius, würde ich den Beweis finden, dass Raziel nicht war, wofür ich ihn hielt, oder was ich hoffte. Doch als er mich hierher schickte, hatte mir Möbius wohl unwissentlich einen unerwarteten Dienst erwiesen. Denn es war meine Bestimmung, nicht Raziels. Ich war der Hüter des Gleichgewichts, dessen Geheimnis ich hier ergründen wollte. Ich habe mich immer nicht ganz so viel mit, denn ihr hattet euch natürlich die Folge aus Anpassung. Bla und blub, tüddelü. Ist klar. Ich wollte einfach nur das, ach, das Symbol da oben, wenn ihr es umgeht, man seht, das ist, wenn wir uns nicht umschauen können. Ähm, ich wollte einfach mal, dass wir auch, also das Kapitel noch zu Ende bringen. Das brannte mir so ein bisschen auf der Seele. Und ich werde hier beim nächsten Mal wieder einsteigen und mit Kain wieder beginnen. Mal gucken, ob ich dann nur ein Kapitel dann spiele in einer Runde und dann wieder am Ende des Kapitels aufführe. Ich denke mal eher, ja. Bis dann, gehabt euch wohl.